Es läuft schon, ne? Läuft schon. Also, hier anfassen. Hier. Nur hier. Ja? Nicht auf der anderen Seite. Gut. Hallo. So, wir melden uns zurück mit einem neuen Getränk. Mit einem neuen Getränk. Trina. Hm, aus Spanien. Ungeöffnet. Das wird lecker. Das wird lecker, dann probiert mal schön. Knack-Zisch. Hm. Ja. Das riecht schon. Lecker, oder? Ja. Riecht schon nach Sommersonne, Sonnenschein. Ah, hm. Oh, so Zitronen. Ich möchte auch mal. Hm, mit Haaren. Trina, 100% Ingredients de original natural, plus Vitamin C. Na bitte. Riecht nicht auf Spanisch. Möchtest du auch mal? Ja. Darf ich jetzt nicht sagen, ich hab's auch schon. Und? Schmeckt das, Lara? Fantastisch. Wenn ihr mal nach Spanien kommt, unbedingt probieren. Absolute Kaufempfehlung. Wir bringen das mit, sechs Stück für euch. Glatte zwei. Auf jeden Fall. Ja, machen wir. Gut. Tschüss. Wir kamen, Trina. Tschüss. Sag mal, warum hat das in der kurzen Zeit deinem Geschmack richtig geändert? Ja. Der war schon nicht in Ordnung. War es in Ordnung? Ja. Sorry, trink mal, trink mal. Prigeli. Lecker. Lecker. Ihhh. Jetzt musst du es nochmal zeigen in die Kamera. Trina, Mina. Und? So oder so? So. So.